Oh nein, wir müssen hier rauskommen. Was? Du kennst diesen schrecklichen Elton John-Fam? Sie helfen mir raus aus Jersey. Ich wäre nicht hier gewesen, wenn sie mich nicht über AIM haben. Wirklich? Ein kleiner Danzer? Schau, wir sollten wirklich gehen. Jetzt! Macht er nebenbei noch Scherz hier? Ich würde mit Rocketman gehen. Okay, ich muss dich schrauben. Du hast einen Schraub? Ja, vielleicht, vielleicht. Wir sehen. Entschuldigung, während ich etwas mehr komfortabel bin. Jetzt bin ich Iron Man, der Herr Stark. So, ich habe keine Ahnung. Oh, das ist, wo ich meine Brusten verlassen habe. Okay, ich muss hier lang. Du läufst gerade von alleine. Ich mache gerade ja nichts. Ah, natürlich versucht Bruce mich mit einer blöden Fan-Gerl. Nach all diesen Jahren kann er noch nicht auf seine eigenen Verantwortung sein. So. So. Der wird gescannt. Okay, hier muss ich hin. Kommen. Okay. Kommen Sie, Bruce! Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin gerade am überlegen, was jetzt eigentlich los ist. Aber ich habe kein Ziel. Wo ich hin soll. Oh, jetzt leuchtet es ja blau. E-Gedrücktheiten. Oh ja, schaut ja noch ein Gemälde an, wirklich. Er wird angegriffen und macht das mal an sein eigenes Grundstück, das er ja sowieso kennt. Erstmal noch eine Gemälde-Schau. Gut. Na, mal gucken, was ich finde. Dankeschön. Und, was hat er jetzt? Tony Stark ist immer für eine Überraschung offen. More Partycrashers. Wow. Ja, ich werde hier auf jeden Fall einiges finden. Also, das Spiel ist sehr vielfältig. Ich habe noch Captain America nicht durch hier in der Welt. Ähm, wo denn? Ach da. Mensch. Ach, hier ist ja auch noch einer. Ich würde eigentlich gerne mal schauen, wo ich jetzt mal hin muss, aber ihr haltet mich irgendwie immer alle auf. Gut. Wo ist denn jetzt die Kleine? Da ist wieder was. Gut, dass ich nicht Nachrichten habe. Sie werden so verletzt. Jetzt ziehe ich dir wenigstens auf. Gut. Okay. Okay. Hey, du wirst mir das Geld verdienen, Charlton. Das ist dein neues Platz. Ich habe mir erwartet, dass ich mehr Verletzungen verletzt habe. Ich habe alles, was nicht Freude verletzt hat. Guck mal, was du in der Welt bist. Okay, ich muss mich erst mal jetzt rechts finden mit der Steuerung bei diesem neuen hier. Deswegen habe ich hier wahrscheinlich auch Tony Stark gespielt. Und das wird mir gerade etwas so laut hier. So. Dankeschön. Oile. Na, ich brauche unbedingt das Leben. Das wäre ja nicht so schlecht. Achso, da oben hinten auch noch was. Hier, da. Hier, du willst meine volle Munition zu spüren. Und du lässt mal bitte meinen Freund Hulk in Ruhe. Das, was du kannst, kann ich auch. So, und meine kleine Freundin. Entschuldigung, aber. Die lässt er mal bitte in Ruhe. Man prügelt keine kleinen Mädchen. So. So, drei auf einmal, wa? Gut, dann, ähm. Was? Du darfst doch gar nicht aufstehen. So, wenn ich jetzt hier... Hat er auch nicht Spezialwaffe? Okay, das, ähm, hat gerade Ladehemmungen. Was bedeutet, ähm, dass ich hier mal nur mit der Faust durchschlagen kann. Das ist ja nicht so schlecht gerade. Oh, wow. Meine kleine Freundin ist auf einmal zu groß. Ähm, dann kannst du ja alles machen. Schaut mal, wie groß die Frau ist. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade hinfliege, weil... Der fliegt ja irgendwie von alleine. So. So. Gut, ich werde mal hier... Ach, scheiß drauf. Oh, Mann. Lande mal wieder, weil ich kriege... Ich habe hier keine Steuerung, wenn du da rumfliegst. Sag mal. Ich muss mich mal in die Nähe. Im Moment hat Tony Stark die geringsten Kräfte. Also... Ist er der Nutzenlose? Das ist davon ein. Wer ist das denn? Der Mittekämpfer der Unterwelt? Krass. So, Mann, fliegt doch mal. Zurück zum Kampf. Irgendwie nervt er hier. Warte mal, ich muss, ich muss mal gegen den kämpfen, weil der nervt wirklich. So, jetzt haben wir bald Blatt hier. Okay, krass, scheiß aber auch. Meine Güte. Okay. 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 Okay.